Sandro Eschliemanns Debüt für den EVZUG in der National League und was für eins. Am Schluss sogar der umjubelte Held im Penal zu schiessen. Was geht Ihrem Kopf gerade ab? Ganz ehrlich, ich habe noch nicht viele Worte zu dem, aber es ist einfach schön, wenn wir den Seat holen können und die zwei Punkte, das ist das Wichtigste. Wann haben Sie erfahren, dass Sie spielen? Vor einer Woche, ja. Es gab noch eine entscheidende Szene, die bei mir im Kopf geblieben ist, beim Stand von 0 zu 2. Dann ist Holenstein abgezogen, sie sind blitzschnell da gewesen. Ist das vielleicht der Kick, den die Mitspieler gebraucht haben, damit sie zurückkommen? Ja, ich weiss nicht. Ich versuche dem Team zu helfen, so gut es geht. Und ich glaube, es hat eine Möglichkeit, dass wir den Match drehen können. Das ist sicher super so, ja. Danke vielmals und Glückwunsch.